ja selbst leute willkommen zu meinem 100 abonnenten special am anfang des videos möchte ich mich natürlich erst mal bei allen abonnenten bedanken vielen dank an euch sind mittlerweile schon 106 oder 107 ich wollte das special auch schon ein bisschen früher drehen habe es aber leider aus zeitgründen nicht ganz geschafft so und heute ist es soweit ja wie ihr seht wir befinden uns gerade hier in meiner bescheidenen bude und darum drehe ich das special auch ich wollte euch einfach mal mein kleines reiche zeigen wo ich zocke wo ich die let's plays aufnehmen etc bla bla wo ich halt so wohne ich sitze gerade gemütlich auf der couch und guck gerade auf meinen fernseher wie ihr es schön sehen könnt playstation ist gerade an zeige ich erst mal so ein bisschen ist eigentlich ein kleines heimkino von mir der fernseher ist übrigens ein 65 zoll davon bisschen schleichwerbung machen panasonic plasma tv 65 zoll sagte ich schon glaube ich ja was haben wir hier vorne noch receiver einen ja man kann es ja kennen ein onkyo bezeichnung steht glaube ich nicht gerade dran ist ein trnx 1009 ein 9.2 receiver 9.2 da kommen direkt zu den boxen bzw subwoofern subwoofer nummer 1 rechte seite sub nummer 2 ja center links rechts sieht man ja da 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 natürlich auch oben noch high so drehen wir die kamera ein bisschen die pol links und die andere seite die pol rechts und nochmal um 90 grad gedreht und links ist da teufel so das mal zu meinem kleinen heimkino hier ist auch richtig geil klingt wie im kino sieht wie im kino aus auch in 3d ist einfach wunderbar so ich zeige euch einfach mal so ein bisschen hier was boxendekoration wer erkennt es ja michael schumacher auf der rechten seite und auf der linken seite noch eine boxendeko sebastian vettel ich bin übrigens ein formel 1 fan so jetzt wissen es alle und hier auf meinem dipol rechts steht auch noch was ich weiß nicht mehr ich glaube der war von 2002 dass es eine kite fällt so mal gucken ob das klappt dann kann ich euch auch direkt hier so ein bisschen wenn das die richtige färbedienung ist natürlich nicht wo ist er da vorführeffekt klappt nicht doch es klappt macht gerade mal ein licht aus vitrien leuchten sogar kann man jetzt auch ja ich glaube die batterie ist so schwach oder der controller liegt da vor ich glaube der controller liegt vor dem empfänger so ist es nämlich auch will trotzdem irgendwie nicht so wie ich das will naja na doch jetzt hat das jetzt hat das da kann man in allen möglichen farben blink kombinationen hast du nicht gesehen und ach mensch ist aber meistens aus so ich überlege gerade habe ich auch noch einen blick in die vitrin auch ja warum eigentlich nicht huch sollte vielleicht aufmachen sonst spiegelt zu sehr mich sollte man nämlich nicht sehen es ist sehr hell hier ironischerweise so fangen wir mal an meine playstation spiele need for speed shift das war bei der playstation direkt dabei assassin's creed 2 ach noch was kurz vorher links die spiele sind alle mit platin beendet und rechts die muss ich noch moment moment so assassin's creed 2 sacred 2 so äh das gehört mir nicht das da steht auch hier drin ich wohne hier nicht alleine hier hot pursuit tomb raider underworld gta 4 da fehlen noch die episodes die habe ich gerade verliehen dann gran turismo 5 ja ich habe da platin geholt resident evil 5 habe ich alle trophäen und das ist ein richtig geiles spiel wer mich fragt spiele ich heute noch singstar ja für zwischendurch so auf der anderen seite driver huch da habe ich das let's play ja gerade fertig die video kamera spinnt gerade ein bisschen ach mensch nochmal so bleib ich mal hier so ein bisschen singstar 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 ja red dead redemption dead space 1 oder 2 2 mann die kamera na nochmal singstar little big planet gehört mir auch nicht habe ich mir nur ausgeliehen forza 4 äh 3 natürlich 4 habe ich noch irgendwo und portal 2 das sind alle fast alle eine etage tiefer wer erkennt es wer erkennt es wer erkennt es die drei fragezeichen bin ich ein riesen fan von hab ich leider noch nicht alle folgen aber das kommt so nach und nach der seltsameka 2009 live da war ich dabei krimskrams hier habe ich noch sequit 2 hörspieler alle vier oder fünf folgen so einen schrank tiefer haben wir da irgendwas mit offen so ein bisschen geld sammlung ausländisches geld und so hast du nicht gesehen uninteressante ordner aber ja da dasselbe nochmal brauche ich gar nicht aufmachen so jetzt kommt was interessantere was eine geheimnisvolle truhe was haben wir denn da jede menge dvds ich weiß nicht ob man es erkennt ich hole es mal raus eine nummer, ein datum, ein land, ein ort, ein sieger und ein sender das sind geschätzte zehn jahre formel 1 die hier drin sind habe ich mir mal zukommen lassen das ist aber lange nicht alles wie gesagt ich bin ein formel 1 fan hier steht normalerweise die kamera mit der ich gerade aufnehme darf natürlich nicht fehlen das hier mache ich schon wieder Schleichwerbung ne so zensieren halt zensieren zensieren ne lass mir das so vitrine 1 war das hm machen wir mal hier in der Mitte weiter xbox zwei controller playsy zwei ein controller der andere liegt am tisch hm hm htpc mit 1 2 3 4 5 und irgendwo so eine sechste festplatte die ist voller formel 1 die ist voller formel 1 das weiß ich nicht das weiß ich nicht mehr paar serien oder so keine ahnung die ich mal selber aufgenommen habe so vitrine leer leer oc california alle vier staffeln habe ich mal gerne geguckt gucke ich immer noch gerne ab und zu mal nein die lampe sollte man weg tun leer ha ha modellflugzeuge im maßstab 1 zu 3 milliarden ne sind ganz kleine dinge die waren wir aus der sammlung die habe ich mir alle so gekauft eins fehlt aber leider ja sind noch ein paar größere dabei ich habe auch noch ganz große sind aber gerade um speicher weil ich hier noch nicht ganz fertig bin ich habe noch keinen platz für die so assassin's creed revelations das kennt ihr ja brotherhood codex box edition entschuldigung und playstation 3 gran turismo 5 das ist die signature edition so jetzt mache ich die vitrine erstmal wieder zu hoffe dass es nicht zu arg spiegelt ach passt schon das große fenster gibt auch noch andere fenster und ein huch mich sieht man ja und ein 3-frage-zeichen-wecker der nicht funktioniert weil keine batterie drin ist und hier seht ihr meine dvd-sammlung wirst du erwartet zeige ich euch einfach mal 2012 ah ich lese jetzt nicht alle vor 7 zwerge 28 dinger american pie fehlt mir auch noch was autobahnraser bühlenschwingen crankblablabla crazyrace deathrace äh imax ach das ist so eine demo drei fragezeichen elton versus simon ackern stefan ackern stefan ackern stefan fast and furious steelbox dann äh ach da feiereis und dosenbier das erkenne ich jetzt gerade auch selber nicht ach das ist final destination ja genau hangover 1 und 2 was fällt auf hangover 2 hangover 2 steelbox version normal harte jungs inception knallharte jungs äh ne das ist scheiße so ich kann es gerade selber nicht durch die kamera erkennen ach ich weiß was du letzten sommer getan hast alles joyride ralf schmitz da fehlt eins von ralf schmitz sehe ich gerade kaya kaya kein bund fürs leben lichtmond super 3d referenz video mario bart mario bart mario bart mario bart mario bart mittermeyer 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 nur noch 60 sekunden opfer der lust das war mal irgendwo dabei da ist der andere ralf schmitz sehe ich gerade mittermeyer 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 kann man gerade wunderbar erkennen ist aber 3d running of out of time kennt ich nicht war auch irgendwo dabei Rush Hour, Triple Pack, Saw, Steelbook, Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5, Saw 6, Saw 7, Buch oder Book Version, ah mit Buch drin, Schule, Scooter, Shutter Island, Stichtag, The Chase, The Day After Tomorrow, The Tourist, Turnrider, Tornado, oh ja, den liebe ich, Transformers, Transformers 2, Transporter 3, XXX, XXX2, Unstoppable, Wanted, hab ich die doch alle vorgelesen, natürlich alle original, falls jetzt hier irgendjemand, naja, Was tun wir denn hier noch so schönes, ja, 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 ach, sind noch Filme, Step Up 3D, New Kids Turbo, Saw 7 3D, noch eingepackt, Haha, das liegt noch nicht lang hier, Drive Angry, eingepackt, Bad Teacher, eingepackt, ja, und Sucker Punch, eingepackt, Magazin und so weiter, hier noch ein großes Poster, ja, hängt leider noch nicht an der Wand, So, ach ja, Hardware-Kartox, man muss sie ja aufbewahren, oh, noch so ein Fanposter, Seraphim, jetzt kommen wir zu meiner Collectors-Wand, Driver Collectors-Pack, Alone in the Dark, Artbook, Assassin's Creed Brotherhood Codex Edition, Secward 2 Collectors Edition, mit zwei Büchern dazu, Dead Space 2 Collectors Edition, Da nochmal Dead Space, Xbox, Dings, Forza 4 Collectors, hier ist nochmal die Secward 2 Hülle dafür, von der Collectors, Assassin's Creed Revelations Collectors, beziehungsweise Animus, das Brotherhood Buch, das offizielle Buch, Forza 4, Apex von Gran Turismo 5, Gran Turismo Buch, mich sieht man, nein, Gran Turismo 5, Signature Version, und nochmal Forza 4, ein Buch, so ein, hier wird nochmal alles erklärt, ist ganz schön, das Apex ist halt so ein Technikbuch, für alles, ich hasse diese Kamera, warum macht die eigentlich immer nicht das, was ich will, naja, hier kann man ja erkennen, hier ist so ein bisschen Technik erklärt vom Auto, das benutzt es aber nur für Forza 4, weil GT5 zocke ich nicht mehr, wer kennt ihn, den Skyline, so, hier meine Pannecke, mit Laptop und Fernseher, das ist mein alter 40 Zoller, ja, ich gucke auch im Bett gerne mal Fernsehen, so, Let's Plays und sowas, so, hier so ein bisschen Creamscrums, ja, Spiele, liegen hier oben noch, Windows, 7, Sacred Gold, eine doppelte Ausführung, Need for Speed, z, Need for Speed, huch, das ist ganz alte noch, nochmal Need for Speed von früher, äh, keine Ahnung, oder, ich glaube, nochmal Need for Speed, Need for Speed Porsche, ja, die lese ich jetzt aber nicht alle vor, ich zeig nochmal so kurz drüber, könnt euch das Video anhalten, wenn ihr was sehen wollt, jede Menge, das Regal ist übrigens ganz voll, noch ein bisschen Kürmel, so, und das hier ist mein PC, Platz, ja, sehr aufgeräumt, habe ich extra noch gemacht für dieses Video, das sah katastrophal aus, naja, ganz so schlimm war es nicht, aber, PC, PC von innen, das ist übrigens ein 27 Zoller LED, das G900 irgendwas, 510 Entschuldigung, eine Maus von CM Storm, und wer hätte es geahnt, noch ein Teufelsystem, das Motiv 5, zack, zack, dahinter ist auch noch irgendwo einer, blub da, und natürlich im Rearbereich, ach ja, und der Playseat, und der kleine Sub da hinten noch, so, ich glaube, wir sind durch, Mensch, das ging aber schnell, 17 Minuten 30, so, von hier hinten nochmal die schöne Wand, ja, so, mir fällt aber gerade noch was ein, mir fällt da noch was ein, ich will euch jetzt mal zeigen, wie ich PS3 auf dem PC aufnehme, so, ein bisschen höher, ja, komm schon, ja, so, zoom, naja, passt schon, so, ähm, hm, 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 dafür switche ich erst mal auf den PC, so, das Ding heißt, wo die Software heißt, AWER Media Center, AWER Media Center, die Software und Treiber liegen bei dem Produkt bei, das ist die, das ist die AWER Media Capture HD, glaube ich, heißt, TV-Karte, so, und hier, wenn ich das aufmache, ach, das ist doch scheiß mit dem Zoom hier, muss ich immer auf die Komponente Jibbrbr schalten, ich weiß gar nicht, was das heißt, Yellow, Red und, äh, ne kann nicht sein, egal jedenfalls schalte ich mal da drauf so dann muss ich wieder auf die plesi zurück so jetzt gucke ich mal dass ich das gut auf die cam krieg dann gehe ich auf einstellungen anzeige einstellungen video ausgabe einstellungen komponente d terminal ändern wieder auf den pc 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 switchen zack und da sieht man das bild ist da wir wollen ja so und jetzt darf ich nur 720p 1080i anwählen weil 1080p erkennt die tv-karte nicht mehr ok weiter audioausgang ist natürlich dann audio ich kann es von dir selber nicht lesen das ja ja so und das war es dann nehme ich das mit fraps auf mit fraps darum weil ja wenn ich mit stimme aufnehmen als let's play mache kann ich schlecht die integrierte aufnahmefunktion nicht verwenden weil die stimme dann halt nicht aufgenommen wird und parallel beziehungsweise stimme und bild getrennt aufnehmen möchte ich nicht deswegen nämlich fraps klappt auch wunderbar auch keine probleme so aber wir wollen wir zurück zack hdmi ändern game weil ich jetzt ein bisschen driver multiplayer zocke wahrscheinlich Above limitator wahrscheinlich ja möchte ich una干,beute automatisch 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 damit die tbbvvide tbbvd de tb-tittittittitit anaterialien die das eigentlich ne kom 65 reicht Audioausgang, HDMI, automatisch, hast du nicht gesehen, fertig. Ja, so, haben wir noch irgendwas hier, mein Handy, ganz neu, Galaxy S2, ole ole. Hm, ich glaub das war's, mehr haben wir nicht zu bieten. Achja, falls euch aufgefallen ist, hier gibt's natürlich keine Küche und kein Bad, sowas brauchen echte Gamer nicht. Ist ja so, wir stinken, wir brauchen nicht duschen, Essen wird an die Tür bestellt und, ne Quatsch, Küche und Bad ist alles oben. Also ich bin ja hier im Keller, wie man vielleicht durch diese kleinen Fenster und wenn man hier raus guckt sieht, da oben ist dann irgendwo die Straße. Das Geile ist darin, im Sommer wird's hier nie richtig warm und ich hab hier keine Schrägen mehr. Ich hab in meinem alten Zimmer Schrägen drin und da konnte ich nix hinstellen und das gibt's im Keller ja nicht. Und ich hab hier 33 Quadratmeter im Gegensatz zu 22. brauche ich auch bei den Sachen die ich hier drin hab. Ja, ich glaube das war's. Das Einzige, ahja, das Einzige was mir noch nicht ganz so gefällt ist, die Crouch. Die passt einfach nicht ins Design. Ich mein, schwarzer Teppich, schwarzer Tisch, schwarze Wand, noch ein schwarzer Teppich. Ja, kommt wahrscheinlich noch in Bezug oder sowas drüber, aber naja, lassen wir das. Ach ja, da auf dem Kleiderschrank oben war noch ein paar Hardwarekartons, die hätte ich ja ganz vergessen. Das ist ganz wichtig. So, jetzt ist aber endlich Schluss. Video geht schon viel zu lang, 23 Minuten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, so als Special. Und zum Abschluss dann nochmal vielen lieben Dank an alle meine Abonnenten und ich wünsche euch dann noch schöne zwei Weihnachtsfeiertage. Ja, und wir sehen uns dann, oder wir hören uns dann im Let's Play irgendwas wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.